Jovic wechselt zu Real Madrid perfekt. Jetzt ist es offiziell. Nach den Spekulationen der vergangenen Wochen hat Real Madrid die Verpflichtung von Luka Jovic bekannt gegeben. Jovic unterschreibt beim spanischen Rekordmeister einen 6-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Über die Höhe der Ablösesumme machte Real Madrid keine Angaben. Medienberichtend zufolge beträgt sie jedoch 60 Millionen Euro und kann im Erfolgsfall auf 65 Millionen ansteigen. 18 Millionen von dieser Summe muss die Eintracht als Weiterverkaufsbeteiligung an Benfica Lissabon abgeben. Von dort war Jovic 2017 nach Frankfurt gekommen. Real Madrid teilte zum Transfer mit. Die Blankos werden durch einen Stürmer verstärkt, der in dieser Saison eine der größten Sensationen des europäischen Fußballs war. Eintracht Frankfurt erklärte in Person von Sportvorstand Fredi Bobic Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefälligkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen. Und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert. Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt. Für Eintracht Frankfurt ist es ein guter und wichtiger Transfer. Wie ist deine Meinung? Schreib uns in die Kommentare. Wenn du keine News mehr verpassen willst, abonnier unseren Kanal. Und am besten kick die Glocke. Bis zum nächsten Mal.